moin moin kapatäne kapatäne jetzt spielen wir bis mal die graf späe mit der high school fleet ja es gibt besetzt nur so eine mission hier bin ich auch ein bisschen gespielt mir fast ja durch die graf späe hier kann man ja die die schiffe ich habe die mosashi schon mal gespielt die graf späe habe ich in soweit fast hase kasa habe viel mal gespielt die die container kann man feld zusammen normale zufällsgefechte oder koop greifstelle durch pushen und bei den beim nächsten feld zu fast den frazosen kommt ja ich glaube ich habe mal gesehen das habe ich schon mal video angesprochen es kommt schon feld such oder auch so seine sammlung und sammlung der so mit den high school bietet so hat durch 28 von 35 ich habe hier schon ein paar zusammen gesammelt und deswegen dafür kriegt man ja die jamaathe flagge und die flagge für die glauben dass die da muss die nächste von der flagge steht falsch gesehen und ja ich bin ein bisschen weit ich gucke mal ich gucke mal den charakter doch mal besonders heißen sie von die dame sind so ganz komischen lieblings vorfüllen ich bis gruselig einer der einer die psychologie ein liebtschaft und da wird das video angesprochen mit den cv baum und deswegen Oh, das ist interessant. Oh, das klappt. Und deswegen. Ein bisschen ein bisschen heilschießen und ja, ich würde mich freuen. Wenn du überhaupt mal langsam einen ankommst. Neu Kreuzer, neuer Schlacht. Okay, jetzt kommt ein neuer Schlachtschiff. Aber mir ist wirklich so, die Fuchsenträger, wir sind so leicht benachteiligt immer ein bisschen. Deswegen. Okay, aber die Fuchsenträger macht man auch schwierig. Auch wenn man ein guter CV-Spieler ist. Es gibt ja wirklich Leute, das ist so krank auch. Und deswegen. Ich finde die CVs werden ein bisschen zu leicht und nachteilig. Okay, es gibt ja neue Breon-Schiffe. Da sage ich ja nichts dagegen. Es kommt ja bald die Craft Zippling, die die Testphase ein bisschen zu leicht mitbekommt. Von den anderen Spieler, wo ich auf einer anderen Discord-Seuber bin. Und deswegen. Ich freue mich auch ordentlich auf die Craft Zippling. Ich hätte ja das Ding auch mal gehabt gerne. Aber wo ich das Ding runden wollte, war das Bestie Shop nicht mehr drin. Weil die haben sich das Schiff auch zu schnell rausgeschmissen. Deswegen. Ich hätte sie mal ein bisschen getestet, was besser ist. Weil das Problem ist, die Craft Zippling. Ich bin ja auch so einer. Ich gucke mal historisch auch. Was vorgeben, dass das Schiff haben wollen. Die U87-Zeit Torpedobomber tragen. Ich denke auch, hä? Warte mal, U87? Das Ding ist doch kein Torpedoflieger. Das ist doch ein Divebomber. Habe ich noch mal ein bisschen. Ich habe das nur... Ich wusste es ja nicht mehr. Ich habe das nachgeguckt. Ich habe gesehen, das ist ein Divebomber. Und dagegen eigentlich hätten die Doppeldecker bekommen. Du kannst ja kein T8-Schiff Doppeldecker-Flieger bekommen. Das wäre ja Stufe-Vierer-Flugzeuge ja. Da haben sie schon überlegt. Ja, das können wir ja eigentlich historisch in den Sinn nicht machen müssen. Ein gleichwertiger Flieger sein. Und da haben sie die Torpedobomber ja... Ich weiß nicht, für welche Begründung herausgenommen, weil die zu stark waren. Haben sie Dings genommen. Divebomber. Ja, hauptsächlich ein reiner Divebomber. Ist so eine Sache ja auch. Und... Ja... Ich kann ja dazu nicht... Ich kriege da nur vieles mit. Ich kann dazu nicht eigentlich viel sagen mit den Schiffen. Deswegen... Ich denke mal... Die... Amis werden die Fußverträger bekommen. Die Japaner. Besonders die Amerikaner und die Japaner. Da werden, denke ich, noch reichlich Schiffe bekommen. Weil jetzt kommen wir schon ein paar Schiffe schon angekündigt. Ja schon. Und... Was? Fährt da gleich an die Insel? Der Han? Jo... Jo... Jawoll! Hehehe! Schöner ist es gut. Und deswegen... Ich lasse mich eigentlich mehr überraschen. Ach! T220? Ach! T220! Es geht zu weit weg! Oh! 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 T220 ist fast down! Er läuft! Und deswegen, ich denke mal die Japaner und die Amis haben noch sehr viele Schiffe bekommen, weil die Japaner und die Amerikaner mit den Schiffen, weil sie historischen sind, hatten sehr viele. Und deswegen so andere Nationalitäten, die Engländer, ja kann man sagen, boah, nee ist ein Kind abgestaubt, was soll das? Und deswegen, ich denke mal, die beiden Fraktionen bekommen noch, würden uns auch viele Prämo-Schiffe bekommen. Bei den Deutschen ist es so, wir hatten schon Schiffe, aber nicht so viele. Wir hatten, wir hatten eine historische Sicht, haben wir, haben wir angewiesen, die U-Pete waren überlegen auf die Weltmeeren. Die waren unsichtbar, keiner konnte sie wirklich nicht sehen, nur durch Hydro nur, ja eigentlich nur, oder Radar kann man sagen, ich weiß nicht, was besser war. Und deswegen haben sie gesagt, ja, Schlachtschiffe haben sie wirklich nichts mehr gebracht, haben sie gesehen, scheiße, Flugsverträger waren doch überlegene Schiffsklasse. Haben sie die Schlachtschiffe gar nicht mehr weitergeführt, haben gesehen, das würde nichts mehr bringen mehr. Und da haben sie dann umentschieden, lieber auf U-Boote. Die waren auch zwei so kostenlosen Sinnen und Produktionen, konnten sie viel schneller mehr produzieren als Schlachtschiffe. Weil, ich glaube, so ein kompletter Schlachtschiff, ich finde, das nicht komplett fertiggestellt ist, glaube ein Jahr oder zwei Jahre dauert das, um ein kompletter Schlachtschiff zu bauen. Ich weiß nicht, wie so lange dauert, nur ein Schiff zu bauen. Und deswegen, ich denke, und für den Wirtschafts-Sinn und für das Überlegenheit, im Meeresbau baut man ja das, was relativ schnell ging, auf einmal hauptsächlich U-Boote, ja. Bis ein Blech dran schraubt, dran schweißt und fertig war ja ein U-Boote, ja schon kommt, aus gut Deutsch. Und, ja, und das, wir hatten ja auch schon ein Kraftzeppelinier, da waren ja auch ein Flugzeugträger. Und das war das Ding ja schon im Grunde fertig. Es gab ja schon die Flugzeuge dafür, die wurden auch alle gebaut schon. Im Grunde, das Schiff war ja fast fertiggestellt. Aber im Kriegszeitliche Punkt, ja, so was war es ja, hat es ja keinen Sinn mehr gegeben, ja, so welche Schiffe zu bauen, ja. Weil, die, die meiste Gefechte gingen nur auf Land, ja, so, so. Mehr Gefechte, ja, war ja nicht so wieder voll, höchstens war die Amerikaner, die Japaner. Das war ja, das war ja, das war eher was anderes. Und, deswegen, und, deswegen, hatten wir, wir hatten ja auch, sag mal, auch die, die, H, H-Klasse und, sag mal, die, sag mal, die, super Schlagschiffe. Es war hauptsächlich, sag mal, nur Planung, das, das war so meistens, ja, nicht, nicht rasierbar, weil du hättest du komplett neu, sag mal, neuen Hafenbaum, ne, neuen, ich glaube, Doc, Doc Baum, oder 1-1 vorbei. Musste man dafür so riesen Dinger erst mal bauen, ja, und welche Schiffe jetzt, äh, Dings, äh, zu machen. Und, deswegen, und, deswegen, oh, ist weggekommen, ist die Linger nicht weggekommen? Ja, ist nicht weggekommen, neu. Ganz knapp verfehlt. Und, deswegen, ja, ist, ich hab mir vorgelegt, ich hab mir, ich hab über eins von Videos ja angesprochen, viele wollten ja, die so eine neue Schwestenklasse, sondern eigentlich so einen Schlagkreuzerbaum haben hier bei den Deutschen. Das Problem ist auch, ähm, ja, da würde ich die Gleise und die Schamaus in die Bombe auch, äh, einfügen, ja, eigentlich, weil es war ja auch eigentlich ja Schachtkreuzer. Und, ja, deswegen, viele heute wünschen auch nicht so einen Baum bei den Deutschen. Aber konnte man ja, ja, deswegen nicht machen. Und würde ja, ja, abheischießen. Deswegen. Ne? Abgeprallt, schade. Schade, okay. Ha, wir haben gleich ja durchgekappt. Loy. Wie, hier, laber, laber, aber ich merke das gar nicht, wie wir durchkappen. Ja, schön, auch nochmal getroffen. Bisschen abgestorben und das war's. Das ist irgendwo eine komische Runde. Und gewonnen. Hm, das war eine komische Runde. Und deswegen. Schön. Okay, Mittelfeld, da hab ich fast überhaupt nichts und was gemacht. Das ist bescheuert. Hier, die ganze Zeit gelabert, gelabert. Und ich merke das, ich hab's mir gar nicht aufgefallen, hier, die durchkappen waren. Ha, lol. Und, wo war ich denn? Ah, ich hab den Pfand verloren. Genau, mit dem Schlaffschiffbomb. Weil, ähm, die wollen ja, warte mal, Vorschussbomb. Juh, 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 es. So, die wollen ja, äh, die wollen ja, äh, die wollen ja die Vorschussbombe verändern, ja. Weil, Schlagstürfe, Kreuzer, äh, sind, äh, sind ja unterschiedliche Klassen kategoriert. Und, äh, bis, warte mal, äh, glaube, Cleveland, Cleveland musste ein, d, 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 da, steht das dabei. Da, ähm, äh, leichte Kreuze der Welt. So, und deswegen, und, und, äh, äh, geht auch leichter? Lol. Hm, 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 hm. Okay, das ist nicht, weil die Pepsi Cola. Hier, nein, 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 okay. Hm, naja. Wir wollen ja, im Grunde, die brauchen wir erinnern, ja. Ja, weil, weil sind ja alles nur Kreuze, aber eigentlich gibt es ja leichte Kreuze und schwere Kreuze. Das sind ja im Grunde zwei unterschiedliche Klassentypen, ja. Weil die leichten, ja, die leichten Kreuze sind leichter gepanzert und ein bisschen schneller unterwegs, ja, und ein kleines Kaliber, ja. Und, ja, die wollen sie umändern. Ich glaube, leichte Kreuze und schwere Kreuzerbomben, ich weiß nicht, wie ich das genau gehabt habe. Es kann sein, hier, äh, die Zerstörerbomben ein bisschen weiter nach hinten geschoben werden, ja. Denke ich mir mal, so weiter nach da, oder weiter nach rechts. Und deswegen, denke mal, der Baum, ich denke mal, hier wird es bestimmt schwere Kreuze, bestimmt hier sein. Ich weiß nicht, wie wir das Baum hier genau ein, äh, hin machen, ja. Weil Japaner haben es ja hier schon gemacht, ja. Zack. Okay, Japaner ist es was anderes, die haben hier mehr Schiffe, ja. Und ich denke mal, ich weiß nicht, wie wir das gesagt haben, die hier irgendwie immer, hier immer, hier steht so schwere Kreuzer, oder schwere, leichter Kreuzer, wenn man plötzlich hier da steht. Ich weiß nicht, ich lasse mich eigentlich überraschen, wie den Baum hier verändern. Deswegen, bei, ähm, ähm, äh, bei den Deutschen ist es eigentlich eher simpel. Jörg ist schon schwerer Kreuzer schon, und, äh, Nürnberg, sag mal, ab Nürnberg sind es eigentlich bis dahin eigentlich alles leichte Kreuzer. Hippah waren schwerer Kreuzer, Boom gab es wirklich nicht, und Hidden Book genauso wenig. Hippah waren schon schwerer Kreuzer, äh, schwerer Kreuzer schon. Und, äh, ja, Jörg eigentlich, glaube ich, auch. Ich stelle da was dabei. Leid, was? Okay, ist noch leichter Kreuzer, okay. Okay, war, wuss, wusste ich nicht. Aber, soweit ich weiß, war die Hippah eine Schwerkreuzer. Im Rest sind es eigentlich im Grunde alles leichte Kreuzer. Deswegen, aber, was mir, ähm, Dings auffällt, es gibt ja die Fraktion Polen. Das Problem ist, es gibt ja nur ein Prämo-Schiff. Und das kommt die Frage, das bekommen die Polen überhaupt? Welche Schiffe sollen die Polen bekommen? Das würde ich ja von euch wissen. Schreibt mal im Kommentar, äh, rein, äh, was für die Polen, welche Schiffe die Polen noch bekommen. Weil, das, das, das gibt's auch schon so lange. Es gibt ja bis jetzt nur, und ich möchte ja gerne wissen, was, was hier noch reinkommt, ja. Deswegen, schreibt mal im Kommentar, was, was ihr denkt, was ihr hier bei den Polenbaumen noch ein, was die ersten Gliedern, Kreuzer oder Zerstörer. Das möchtet ihr noch von euch gerne mal wissen. Dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag und wenn noch einen schönen Abend, haut rein.